so ihr lieben nach einer kurzen pause gestern war ja himmelfahrt feiertag manche nennen es auch vatertag aber ich bleibe mal bei der ursprünglichen bezeichnung geht es jetzt weiter und ihr seht ich habe meine tasse wieder dabei und zum beweis dass da auch wirklich was drin ist trinke ich jetzt auch mal schnell einen schluck ich habe sogar auch eine schokolade dabei aber da man mit vollmund nicht reden soll er sich die erst hinterher stell dir mal folgende situation vor du liest in der zeitung etwas was du nicht glauben kannst zum beispiel der assad der präsident von damaskus dieser despot dort er ist vorgeschlagen worden zum friedensnobelpreis oder du liest von komeni dem machthaber im iran dem ayatollah dort der ständig gegen israel und juden wettert er hat einen antrag gestellt dass er nach jerusalem gehen kann und vor der knesse dem parlament dort in israel sich mal öffentlich entschuldigt für alles was er gesagt hat und du würdest denken das kann doch nicht wahr sein dass das glaube ich einfach nicht so muss es einem mann über den wir sehr wenig wissen einem ananias gegangen sein er war ein frommer mensch er hatte einen guten ruf er war ein damaskus er war einer der wenigen gläubigen dort jude er war zum glauben an jesus gekommen und er stand auf der liste des saulus wahrscheinlich ganz oben auf saulus war gekommen um die gläubigen aus damaskus rauszuholen nach jerusalem zu bringen gefangen zu bringen ins gefängnis zu stecken und wahrscheinlich auch in den tod zu bringen und dieser ananias hört auf einmal in der nacht wie gott zu ihm spricht und sagt hör mal ananias geh mal in die stadt mach dich auf den weg da die straße die hauptstraße entlang bei brille vielmann vorbei und dort am haus des judas da geh mal rein und da sitzt der saulus und er ist blind und du sollst über ihm beten dass er wieder sieht denn ich möchte ihn gebrauchen als werkzeug und der ananias der glaubt das erst mal gar nicht der sagt also gott hat kann doch wohl nicht wahr sein ich soll zum saulus gehen und ihm die hände auflegen dass der wieder sieht das erste was der sieht ist die liste wo ich draufstehe der ist doch gekommen der hat doch so viele negative dinge getan der hat doch so viel verfolgung in jerusalem losgetreten und jetzt soll ich dahin gehen und soll ihm die hände auflegen das kann doch nicht wahr sein und gott sagt zu ihm doch es war ein unglaubliches wunder so ein mensch der wirklich für verfolgung und bedrohung und bedrückung stand und der wirklich so ein christenhasser war dieser mensch war jesus begegnet und das hatte sein leben radikal verändert und ananias nachdem er den einwand geben konnte und gott ihm nochmal gesagt hat doch ich möchte dass du hingehst ich stecke dahinter er tut das dann und später in apostelschichte 22 kannst du das nachlesen als paulus dann einmal mal wieder verhaftet worden ist denn erzählt paulus aus seiner sicht diese geschichte wie ananias dann zu ihm gekommen ist und er war der erste christ den er getroffen hatte der über ihm gebetet hat der ihm das augenlicht zurückgeschenkt hat gott hat ihn geheilt und der dann ihm auch die ersten dinge beigebracht hat der gesagt hat hey los jetzt steh auf jetzt geht es nach vorne guck nicht weiter zurück lass dich taufen tu wuße also er hat ihm so die ersten grundlegenden schritte beigebracht diesem großen apostel paulus und ich finde es einfach toll dass gott einen menschen gebraucht der sonst gar nicht mehr auftraucht von ananias wissen wir nur ein gläubiger in damaskus zu dem der herr spricht und vielleicht fühlst du dich auch so ein bisschen wie so ein ananias du bist christ du bist unterwegs und gott sieht dich gott hat ihn diesen mann gebraucht für eine ganz kleine aufgabe aber sehr wichtige aufgabe der erste wegbereiter für den großen apostel und das wünsche ich dir von ganzem herzen dass du einfach offen bist du bist nicht ein no name mensch wenn du jesus nachfolgst du bist nicht einfach einer von vielen vielleicht gehst du in eine gemeinde wo viele viele menschen sind und vielleicht hat dich noch niemand richtig wahrgenommen möchte dir heute morgen sagen gott sieht dich du bist in seinen augen ein werkzeug und vielleicht wird er auch mal irgendwann zu dir sprechen einen hinweis geben in der nacht oder während des tages und dann ist wichtig dass du das tust was er dir sagt auch wenn du dir das absolut nicht vorstellen kannst sei gesegnet wünsch dir einen guten tag und morgen geht es weiter mit dem neuen nachfolger jesu mit paulus tschüss wir sehen uns wenn du dich